Hallo, mein Name ist Heinrich der Löwe Und wo ist der Ausgang? Ah, da Mit mir spielt die Mathilde Genau, und Ja Warum ist sie hier im Ausgang? Ich muss mich gerade hier um eine Tussi kümmern Die Heinrichs lustige Dinger hier Lustige Dinger? Ja, deine komischen Tunnel Die führen nach nirgendwo Die sind zu Ja, aber Es ist schön, dass die zu sind Aber da ist eine Schreitussi, die gerade versucht den einen Eingang aufzukloppen Und wenn wir uns nicht drum kümmern, wird sie früher oder später damit Erfolg haben Da kommst du aber nicht hin Die ist rechts Ja Ich kenn deine Tunnel nicht Musst du von außen Ja, das hab ich auch gerade festgestellt Heinrichs toller Durchgang, ey Aua Ja Das ist halt ein scheiß Berg Ah, die hat ja schon voll das Loch reingehauen Ja Nur weil du da durchbuddeln musstest Machst du es wieder zu Wir sollten diesen ganzen Berg am besten füllen mit Beton Hier links Wo bist du, Miststück? Ja Bist du denn? Drin gespawnt, pass auf Ja Sieht so aus Hä? Ich hab die doch gehört Muss ja doch irgendwo sein Die ist doch da irgendwo drin Die ist in dem Tunnel, der zu ist, gespawnt Sollen es machen, wollen wir sie da drin lassen einfach? Ja klar, lassen wir sie da drin Also ich klopp da jetzt nicht rein, nur wegen der doofen Kuh Okay Und hier kommt sie raus Oder bleibt da drin, ganz einfache Kiste Gut, ich hol mir was zu essen Und willst du die Schatzkarte lesen? Soll ich die Schatzkarte lesen? Nein, ich möchte sie lesen Ist okay Oh, Störung in der Nachbarschaft Echt, ey? Blöde Zombie-Frau Oh, da ist noch ein Fall So So, was esse ich denn leckeres? Ich esse einen Fischtacko Fischtacko Takotacko Ach ja, vergiss nicht, dass dein Motorrad hier noch im Schrank ist Naja, das könnte man ja gebrauchen Das klingt irgendwie komisch, wenn man sagt, dein Motorrad ist im Schrank Nein, das ist ganz normal Ist ja alles voll Dein Motorrad ist hier über dem... Ich weiß, wo mein Motorrad ist, danke Okay Achso, du suchst die Schatzkarte Nee, ich will einfach nur Platz Ich will meinen Scheiß loswerden Wir haben zu viel Erde und zu viel anderes Ach, hier ist die Schatzkarte Okay Ich nehm die schon Lass die da, wo sie ist Ist okay Fui, fui, fui Also ich würde... Ich nehm mal... Pass auf, ich nehm mal hier Jetons mit Und Silbernuggets Und Goldnuggets Und Old Cash Weil... Vielleicht haben wir Glück und Trader Joe hat ne Nachtsichtbrille oder so Ich hätte gerne eine Nachtsichtbrille Ja, wenn du das willst Ja, ich hätte gerne eine Nachtsichtbrille Ah hier, Steak und Potatoes Gleich zum Frühstück Yummy, das klingt nach einem sehr gesunden Frühstück Ja, ich hätte ein Wildbretteintopf genommen Das ist auch sehr gesund am Morgen Ja, aber das sind wenigstens... Ich wollte gerade sagen, da sind wenigstens Kartoffeln drin Beim Steak und Potato Meal natürlich auch So, das Auto steht noch da Das Motorrad ist auch noch da Gut Ich muss erstmal hier... Sprit überprüfen Ja, ich nehm mal lieber ein bisschen Sprit mit Ich hätt nämlich keins dabei So Jetzt hast du die Karte, ne? Nein, ich hab die Karte nicht genommen Achso, ich dachte, die hast du mitgenommen Nein, ich habe nur das Geld und so genommen Du wolltest doch die Karte haben Ja, ich habe nur das Geld Ich muss das Ding auf jeden Fall noch fertig rot anmalen. So, ich lese mal. Lies mal. Wenn du diese Notiz gefunden hast, dann ist heute vielleicht dein Glückstag. Ja gut, ich lese nicht weiter. Liebe Sarah, so bla. Wo müssen wir hin? Ich folge dir einfach. Tja, hättest du mich mal vorlesen lassen, hättest du es jetzt gewusst. Nee, nee, nee. Mumu, mumu. Und jetzt ist was anderes. Ich wollte nur mal kurz auf der Karte gucken, aber irgendwie sehe ich es nicht auf der Karte hier. In welche Richtung ist es? Norden, Süden, Osten, Westen. Südosten. Dann fahren wir einfach querfelt ein. Okay. Ich sehe nichts. Du fährst ja auch durch die frisch gepflanzten Bäume. Da krieg ich alle ab. Hui. Wo es wieder hoch geht, geht es auch wieder runter, ne? 1,3 Kilometer nach. Okay. Das ist doch kein Mountainbike. Ich arbeite dran. Los. Oh, hier ist ein Spritzspender. Ich habe mein Spritzspender-Tool nicht mit. Immer, Mann. Findling. Oh. Wo ist er hin? Ey. Ich habe ihn verloren. Äh. Ah. Ich versuche ihn zu überfahren. Ist nicht leicht. Ist aber da. Nee. Jetzt habe ich ihn. Überfahren. Was hat er denn? Hinter dir. Ah, da. Dann kannst du ja schon mal weiterfahren. Nichts ja nicht mehr. Genau, das habe ich vor. Ich fahre schon mal weiter. Hohl. Ah, übel. Na, Fett und Knochen können wir nämlich immer gut gebrauchen. Hohl. Pause. Das Fleisch ist gar nicht so wichtig. Scheiße, Kaffee ist alle. Nein. Nein, nein, nein. Kein Kaffee, oh, Findling. Aha. Aha. Na? Sind wir schon da? Nö. Oh, hier ist es heiß. Ich bin nass. Da fahre ich mal drum. Das sieht mir zu tief aus. Noch 500 und paar zerquetschte Meter. Okay. Man könnte ja auch mal wieder eine Quest von so einem Händler annehmen. Ja. Können wir ja mit. Und wir haben in der Wüstenstadt noch die Baustelle. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja, warte mal. Ich gucke mal auf die Map. Ach, jetzt sehe ich es auch. Das ist direkt an der Stadt. Jetzt. Upsala, ich wollte nicht absteigen. Und, und, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Und? Schlange links. Schlange. Schlange. Achtung, Loch in der Straße, ne? Da kommt noch mal ein Loch. Vogel irgendwo. Und hier soll irgendwo der Schatz sein. Also, quasi neben meinem Moped. Hier ist nur so viel Gras. Ich gucke erst mal nur wegen Mien. Ist okay. Also, bin ich denn erst mal ganz kurz, bin ich denn da, wo es blinkt? Ja, ja, du bist da, wo es blinkt. Gut. Das ist ja schon mal was. Okay. Ist aber nicht unter der Straße, oder? Also, er blinkt hier, wo ich stehe. Okay. Aber hier mussten wir auch noch nie nach einem Schatz suchen, ne? Ich habe schon mal in einem Einzelspiel in so einem Gebiet gesucht. Okay. Okay. Das war's für heute. Versuch vielleicht so grob das Gebiet abzustecken, wo das blinkt. Ja, geht schon am Rand. Okay. Jetzt irgendwo eine Schlange. Oh, Schlange! Im Graben! Eine Schlange. Hast du sie gekillt? Ja. Ich hab sie tot geknüppelt. Ah, wir werden auch im Kreis von so einem verfickten... Zombie-Höchchen auch irgendwo... Lant. So, hier ist irgendwo noch dieser scheiß Kackvogel Jetzt hab ich ihn auch endlich Sehr schön Gut, die restlichen Zombies hoffentlich gehen die endlich mal woanders hin Schlange hast du aber nicht gekillt, also auseinandergenommen Nee, das nicht Wo ist denn der Schatz, verdammt? Na, also es wäre vielleicht gut, wenn du nicht so sehr in die Tiefe gehst, sondern guckst, in welchem Gebiet suchen wir Das kann ja schon etwas größer sein Naja, ich bin schon grad voll da, wo er ist eigentlich Ja, wir haben hier schon gegraben und hier ist der Rand Und in die andere Richtung, wo ist da der Rand? Ach, hier unten geht's auch noch weiter, upsala, bis unter die Straße Bis hier Das meine ich nämlich, dass versuchst du erstmal das Gebiet abzustecken, wo der überhaupt sein kann Ich weiß das nämlich nicht, wo der sein kann Ach, ich puddel mich in die Erde rein, scheiß Straße Ja, ich puddel mich einfach unter die Erde Ab ihn Ups Und Oh, du hast es gefunden, sag das doch Hab ich doch 24 Silbernuggets, 5 Goldnuggets und 5300 Jettons So, wie komm ich hier raus? Das ist mein nächstes Problem Ich guck mal, wo der nächste Händler ist Da wäre eigentlich Ich höre ein Zombie, wäre echt cool, wenn du dich drum kümmern könntest Ja, ja, mache ich Immer mit der Uhr Der hängt da hinten rum Ups, war das dein Arm? Sorry Ups, war das dein Kopf? Sorry Jetzt aber Freiheit Freiheit So, wollen wir zum Händler? Oh, können wir machen Ich bin mal gespannt, was wir dafür alles kriegen Und ob er überhaupt was interessantes hat Ja, zur Not Munition Also Munition können wir immer gebrauchen Ja, ist wirklich tot Ich fahr nochmal drüber Scheißgebiet Aber keiner ist eine Miene gefahren oder so, ne? Das ist doch gut Das wäre ja wenn auch dein Job Ja, ich weiß Aber auch von den Zombies ist keiner reingelaufen Haben bestimmt schon alle Minen, äh, entschärft Geronimo Oh, hä 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 Hm, was ist denn hier? Ist denn doch Irgendwie Da fahr ich voll falsch Ich fahr total falsch Muss nur umdrehen Matilda ist dumm gefahren Eigentlich bist du nur nach Hause Da ist ein Händler Ja, aber ich wollte auch beim anderen Händler gucken Weil unterschiedliche Händler haben unterschiedliche Dinge Weißt du? Hm, ja, nee Doch, haben sie Oh, jetzt hüpfen, ey Außerdem, wo haben wir Für haben wir denn unsere Mopeds Wenn nicht für sowas Ach, scheiß drauf Geronimo Schon wieder verfahren? Nein Falls Ker fällt ein Hehehe Weee Hölt sich nicht gut an. Hier ist ein tiefes Loch. Da wollte ich nicht ran. Arschloch. So, was hast du denn, Joe? Hey! Und, hat er was Gutes? Ich bin gerade beim Gucken. Crazy Digga. Munition hat er, ja, aber... Nicht das, was ich gerne hätte. Schade. Kein Nachtsichtgerät. Also fahren wir zum nächsten, ja? Ja, würde ich sagen. Der wäre dann tatsächlich bei uns. Bei dem können wir dann ja, wenn auch das Geld zur Munition machen, dann wäre keine Nachtsicht voller. Jo. Also wir könnten auch mal wieder einen Auftrag annehmen. Ja, aber nicht nur um die Zeit. Nein, nicht mehr, aber man könnte ja einen Auftrag annehmen und den dann morgen machen. Aber gab es nicht auch Aufträge, die irgendwie zeitlich begrenzt sind? Ja. Darum sollte ich erst, äh, den Auftrag dann morgen annehmen. Okay. Ja, können wir machen. Lass uns mal morgen einen Auftrag annehmen. Hier am See ist es doch viel schöner. Uh, uh, weich. Was bin ich? Oh, hallo Menschenfarm. Da, da, da. Da, da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hupe gerne, das ist lustig Das höre ich gar nicht, vielleicht zieh ich auch sein Ich bin zu weit weeeeg Ich glaube ganz klein sehe ich dich noch, aber ich höre deine Hupe gar nicht Ich bin ja auch schon fast zu Hause Ich soll jetzt nur nicht ins Loch fahren Hey Joe Oh, was geht denn da ab? Wo? Ja, wir haben hier mehrere Ja, die wollen alle da in dein Loch, das du begraben hast Ja, ich lock's ja mal weg Wir hatten was streng wecken Ah, der hat den Trapppulver Soll ich das gleich mal kaufen? Keine Munition Ich bin erst auf der ersten Dorf, der hat auch Munition Matratze Messingwasserhahn Machete Stufe 6 Boah, ist ganz schön teuer Hey cool Von hier hinten ein Äh Ein Zombie abgeschossen Ich hätte nur ganz bissl Fitzelchen gesehen Aber auch der hat leider keinen Dingsbums Aber ich würde das Nitratpulver mitnehmen Arf Willst du ein Waschbecken haben? Nein, danke Auch für sie Silbernuggets und so kriegt man ja gar nicht viel Ich find's witzig, wenn man genau den Helm von so einem Militärzombie trifft Ja Und das dann so Also wie wenn man auf Metall schlägt Find ich lustig Wow Machst du alle Platz Der ist cool gestorben Nein Warum tut er mir das an? Weil wir es können Oh, da fällt sie Das hab ich sogar gesehen Ich geh mal hoch und guck mal, ob sie was Neues gegraben haben Ich hab auch manchmal das Gefühl, sie kam einfach auch von oben Auch bevor ich hier gegraben habe Kann aber auch sein, dass Madame einfach noch da ist Aber natürlich schon nix Dann gucken wir uns doch mal hier die eine Seite weiter an Ok, das ist zu steil Zu steil Zu steil Ist gut Oh, die haben ja genau einen Block rausgeschlagen Ok Hardcore Nein, ich hab die Blöcke umgelassen Und ein bisschen gegraben haben sie Das ist gut Dann brauch ich das nicht machen Zombies können auch nett sein Ja, wir haben ja schon über den Nutzen von Zombies diskutiert Und? Ja, stimmt Ja, stimmt Ja, stimmt So Ich hab sie Ich hab sie SCHOLARSHIP auf Ich hab sie Du Du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber man soll da ja auch vernünftig hochlaufen können und so. Und man soll ja keine Probleme haben, hier irgendwo hochzukommen. Aber das ist nicht ganz so leicht. Ja, ich muss jetzt nur den letzten großen Brocken hier wegkriegen und dann bin ich auf einer Ebene. Dann müssen wir den Graben vielleicht noch verlängern und dann passt das hier auch. Echt, das ist arme Arbeit, hier so einen ganzen Balken wegzuhauen. Ja. Oh, da ist ein kleiner Stein. Oh, ich glaube, ich gehe mal rein. Jo, stimmt. Ihre Zeit bricht an. Hops. Aber eins muss man sagen, die Zombies halten sich exzellent in ihre Arbeitszeiten. Oh, Luke zu. Zurück nach Moria. Schichtwechsel. Sozusagen. So haben wir an das ganze Nitrat gelagert. Nein. Nein. Da. Also wir haben recht viel Nitrat. 869. Ja, aber das ist... Oh. Ich glaube, es ist noch eine zweite Lampe irgendwie aus. Ach, ich liebe es. Und du kümmerst dich drum? Ja, ich habe gerade so eine Schreitante aus der Entfernung. Zack, ein Schuss, ein Treffer. Sehr schön. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich gehe nach Moria. Mach das. Ich habe noch ein bisschen Munition gekauft. Du ja auch. Was machen wir morgen, lieber Heinrich? Ich habe gerade keine Ahnung. Ach, wir hatten ja drüber geredet, um Auftrag mal wieder anzunehmen. Könnte man machen, ja. Also jeder einen Auftrag. Dann haben wir zwei Aufträge. Jeder einen Auftrag. Hm. Kann man machen. Dann machen wir das doch. Frage ist nur, wo werden die uns nie verschlagen? Na ja, wieder in unterschiedliche Richtungen. Ja. Aber wir müssen es einfach gleich so machen, dass der eine dem anderen hilft, weil... Weißt du ja, wie letztes war? Auf jeden Fall. Da haben wir ja ganz schön den Arsch voll gekriegt. Ups, das braucht man gehen. Und jetzt wird das. Wir müssen das. Wir müssen... Ich hab da mal 5000 Eisen reingepackt in die Schmelze. Achso, hast du die Erde rausgenommen, oder? Ja, ja, ein bisschen Erde hab ich rausgenommen. Weil wir hatten nur noch 800 Eisen drin, das ist nicht viel. Ne, ne, ich hab ja auch sehr viel Stahl und Eisen gemacht. Ja, dann würde ich sagen... Ah, gleich, 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 gleich. Gleich, 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 gleich. Ja, ich würde mal hier in diesen Gang rein. Ne, das ist mal offen. Geht's hier weiter? Ich will nur gucken, ob sie hier drin sich durchgeschlagen hat. Achso, okay. Hat sie nicht. Oh, ich hab ja noch ein paar. Kostet ja nix. Machen wir uns einfach weiter zu. Sonst werte die doch erst mal auf, bevor du dann... Nö. Es ist so billig, das Aufwerten ist mir zu teuer. Okay. Das Aufwerten wäre doch Beton, oder nicht? Und der Beton ist mir zu teuer. Also erstmal kannst du die auch noch einmal mit Cottle Stone aufwerten. Ich hab grad keinen Cottle Stone dabei. Ah, gut. Hier, einfach Blöcke, zack. Achso, da. Das ist der Gang nach oben. Komm, machen wir den auch gleich zu. Den hab ich ja auch schon versperrt. So, zack. Fertig. Klappe zu. Damit ich neue Blöcke mache. Zack. So. Also im Gang oben ist nie wieder einer gespawnt. So komischerweise. Na, ich hör draußen, glaub ich, ein. Schrecklich. Oder warst du komische Geräusche gemacht? Ey, komm es da raus. Also ich, ähm, hacke hier Steine weg. Wenn du das als komische Geräusche definierst. Ja. Na, da ist ne Schreitussi. Halt die Fresse. Wieso haben die mich denn gesehen hier oben, ey? Wenn du Hilfe brauchst, da schreitst du Bescheid, ne? Gut, da brauch ich auf jeden Fall. Hilfe? Nee. Blade Trap. Achso. Ah, hast du ja, glaub ich, noch welche in, ähm... Ja, in der Mache, aber da, wo ich meinte, dass da einer hin muss, ist auch genau einer, äh, runtergefallen. Ah, ja. Und jetzt gehen sie natürlich genau da lang, wo die Blade Trap nicht ist. Hä? Sie springen auf den Berg, äh, auf... Ja, ja, das haben sie ja auch die Nacht schon gemacht. Nee, aber sie springen über den Hügel und gehen wieder runter. Sie springen über den Hügel und gehen wieder runter. Alle gehen jetzt ins Loch und machen den Graben größer, oder was? Ihr seid bescheuert. Ja, ja, da, wo du langläufst, da kommt demnächst eine Blade Trap. Du hast das gut erkannt, mein Footballer. Die versuchen echt über diesen Gra... Dieser Hügel muss bleiben. Einfach nur, damit sie in die Blade Trap gehen, hier. Die dann kommt. Ich höre irgendwo runter, aber ich bin mir nicht sicher, ob es im Spiel ist, oder bei uns draußen vom Haus. Naja, hinter der Rand, die ich gebaut habe, oder über mir. Ich kann es nicht genau deuten. Aber ich glaube, wir sind über uns. Nein. Hm. Mir fällt schon was gescheuert. Hm. Das ist was Blöde da oben. Ich sehe sie nicht. Naja. Ja. Hm. Oh, die... Die gehen mir gerade so auf den Sack. Aber naja. Dann lassen wir sie einfach mal alleine. Ähm. Und machen mal einen Break. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like oder einen Kommentar. Na, ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zur Schatzsuche. Ciao. Ciao. Ähm. Ja. Kommen sie durch. Ja. Wollen wir die Aufnahme starten? Meine läuft noch. Okay, ich bin wieder da. So, es geht doch weiter. Die sind doch drinnen. Die sind drinnen, die Schweine. Soll ich die Tür öffnen? Warte, da komme ich erst zu dir. Ich lasse dich da jetzt nicht alleine. Die machen die Stahltür kaputt. Die Schweine. Ich hab dir gesagt, das ist... Ich hab doch erst... Steine, wo kommen die denn her? Die kommen bestimmt von oben wieder irgendwo. Oh Gott, die sind schon hier? Ja. Fuck. Gerade da haben... Ah, lababal. Das liegt noch durch. Ich bin durch. Das liegt noch hinter sich. Ich muss nachladen. Du bist dran. Ich verblute. Ich auch. Scheiße, wo kommt die her? Scheiße, hör zu da. Ich spawne gleich da wieder. Scheiße. Die schöne Stahltür. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Wo sind die jetzt gekommen? Das interessiert mich jetzt echt. So, ich hab noch Zement. Ich hab noch Beton. Wer in den Zementblöcken hinsetzt? Du willst oder nicht? Die sind direkt von oben gekommen. Du kannst jetzt den ganzen Gang zumachen. Das bringt nichts. Hier haben sie schon fast einen zweiten Graben angelegt. Ja, der Beton braucht jetzt natürlich erstmal ein bisschen das Theater. Ja, okay, dann jetzt war's das aber erstmal von der Nacht. Ja, der Tag bringt das schon quasi wieder an. Ja, aber ich würd sagen, wir machen eine neue Aufnahme. Ja, das machen wir. Okay. Dann haut rein. Ciao. Ciao.